Rundern. Fruchtappen. Weiß haben wir nicht. Scheiße. Ist ja interessant. Okay. Dort kommen wir wieder nach oben. Ja, besprechen wir mal. 46% fertig. Alter Verwalter. Ja, also geht es doch ziemlich zügig voran, so wie ich gedacht hatte, dass wir quasi nur die Vorbereitung getroffen haben in den Sessions zuvor, die natürlich zeitaufwendig waren und wir jetzt nach und nach weiter abschließen. Was ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Du wirst deine Frau schauen, überall für dich. Ich musste hier mit all diesen Monstern ab. Also, sie sind alle weg, also du musst jetzt sicher sein. Du bist gut? Du musst Hilfe zurück nach Hause? Ich bin okay, glaube ich. Ich weiß, wie ich nach Hause bin. Ich komme hier oft, aber es gab niemals Monstern. Du musst gehen, während es da ist. Dann lasse ich uns. Nein, Corbin. Du gehst nach Hause. Ich zeige dir. Oh, wow! Danke! Hier. Geh das. Du brauchst es, wenn du nach unten gehst. Eine weiße Resonanz-Gem. Das sollte in Hand kommen. Danke. Jetzt geh auf. Geh zurück in die Stadt. Jetzt haben wir den Weißen. Geräusch? Wir gehen nach dem Dreck? Wir gehen auf eine Dreck-Quest? Ich will nicht, Giani zu schweigen, für was passiert ist. Komm schon. Wir töten ein paar Monstern auf der Weg. Das wird großartig. Noch kurz. Trinken. Mission aktualisiert. Zum Trocknen rausgehängt. Okay. Wir müssen quasi hier runter. Und wir haben den weißen Resonanz-Stein bei uns nun. Schöne Sache. Haarstrom nögen die selbst nicht so gern, so wie es aussieht. Was ist das? Gibt zu Machbosch. Gibt zu Machbosch. Gibt zu Machbosch. Ja. Ja. Du weißt, komplett mit Schuss. Oder, weißt du, nicht. Du bist positiv schweig, Fidget. Aber... wenn ich wüsste, wer Giani nochmal gewesen ist, ja. Aber wir lassen uns darauf mal ein. Gut. 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 Das will show that meanie not to push poor little kids around. Haha. Du sagst es. Aber remember, wenn wir get caught, ich werde dich verraten. Fine. Whatever. Mit... Pleasure. That meanie. He's just lucky I don't foreclose on his face. What? You know, it's like he didn't pay the mortgage on his face. Then I buy it off. For clothes... Okay. Nevermind. Hahaha. Hahaha. Also scheinbar verbind. Dass wir da ein bisschen von diesem Gift zu machen. Mit in den Wäschekorb hinein tun. Wäsche mit Öl natürlich. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, was zum Ende der Mission bei Rausspringen kommt. Hahaha. Kann doch lustig werden, ja. Gut. Wir stehen hier unten. Gibt auch keine weiteren... Halt. Du bist dabei. Genau hier. Schon gegrillt. Und leider nichts fallen gelassen. Solche Leute wie dich brauchen wir hier. Das sind doch meine... Meine Erzfeinde. Da wird auch noch irgendwas schleimiget noch. Und ich glaube, aus diesen Schleimbeuteln... Oder von diesen Schleimbeuteln bekommen wir dieses. Sacki. Geheimnisvolles Wand tun. Und... Und... Gettetaste. Sieht man dann, wie er Luft holt da oben? Nee, ne. Der ist auch zu weit weg. Um uns was dran haben zu können. Ja. War zu dicht dran. Wollt gerade noch einen Schritt nach hinten gehen. War aber zu spät. Ja. Das ist ein recht kleines Gebiet hier unten. Und somit müssten wir auf der Karte auch 100% haben. Anschätzen. Ja. Wie fatal. 100% entdeckt. Und 100% anschätzen. Wollt. Gut. Somit zurück erstmal zum Dorf Aurora. Ich glaube, dort müssen wir die Wäsche abliefern. Du... Ja, du brauchst die Schleim... Scheiße. Du warst Fail. Was möchtest du denn? Ach so. Oh, hello again. Thank you so much for helping me before. You're welcome, Corbin. Just be a little smarter next time, alright? It's too dangerous out there for a kid like you. And don't worry about Gianni. I'll sort him out. Yeah. Like the laundry. Pff. Yes, Fidget. Like the laundry. Okay, okay. Thanks again. You know, you're a pretty good fighter. Well, I... You're so strong. I'll bet you'd have no problem getting a 1,000 hit combo. Hmm. Of course he wouldn't. He could do it in his sleep. Sleep combo. Whoa. Fidget, calm down. Whoa. Do you really think you could do it? A 1,000 hit combo? Sure. Why not? Oh, wow. Awesome. Hey, when you hit for the 1,000th time, you should say, this one's for Corbin. Yeah, no, I'm not doing that. But I'll try to get the combo just for you. Combo-Breaker. I think we were at 1,000. Yeah. Mal gucken. Dazu haben wir ja überall die Möglichkeit, das abzuschließen. So, Läden aufgefüllt. Stand da schon mal? Welcome back. Weil wir brauchen ja natürlich noch den Schleim, den er schon hat. Und wo hast du ihn dort? Hast du ihm 5? Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. 10 in die 5, oder? Ja, gib mir 5. Gib mir 5. Oh, wieder gedrückt. Gut, soviel dazu. Wir müssen jetzt erstmal zu Corbin. Wo auch immer der rumhängt. Mal gucken. Du bist du Weed. Korbin, 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 Korbin. Mal gucken, mal runter. Ich gucke mal runter. Wird ja schon stürmisch draußen gerade, sehe ich. gibt wohl noch Regen. Hier unten kann er nicht sein, glaube ich. Ja, wir speichern nochmal. Oder kann er doch? Hier war unser Secret. Ich mach hier mal mal schnell strax wieder. Oh, ja. Oh, der springt aber ziemlich hoch. Wo bist du, Corbin? Ich hab keine Ahnung, wo wir den Lümmel finden. Vielleicht nur außerhalb des Dorfes. Vielleicht kommt er von ganz woanders her. Keine Ahnung. Oh, neider. Hier oben ist nix mehr. Hier unten ist ein Speicherpunkt. Aber auch nix mehr. 12.202. Ein paar Schlüssel könnte man sich noch mitnehmen. Bram. Und Fail. Mensch, Corbin, wo bist du? Mal gucken. Vielleicht haben wir ja irgendwelche Anhaltspunkte in unseren Missionen. Schleimig. Fällt mir die Panzer der Wachen von Aurora. Dorn und Mente. Fünfer, vier hat er bloß gebraucht. Schneeflocken. Zum Trocknen rausgehen. Du hast dich um Giannis Wäsche gekümmert. Bring ihm nach... Bring ihm den Korb ins Dorf Aurora zurück. Aber nur wo wirst du? Glaube doch hier oben weiter, ne? Mal gucken. Mal gucken. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie er danach aussehen wird. Indem er seine Wäsche anprobiert hat. Angezogen hat. Vielleicht reicht auch eine Berührung aus, um da irgendwie eine Reaktion herbeizurufen. Moska.